So ein Tresat, die große schlichtet schon. Lass, du bring mal Lupo. Warte, mir wird wieder lustig, ne? Da kam gerade Nelly durch, ne? Witzig, Nelly zeigt genau das gleiche Verhalten manchmal. So, jetzt fängt da langsam die Pugelfasse an. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Lupo geht nach Finnland. Du gehst nach Finnland? Ja, deswegen musst du ein bisschen länger noch hier bleiben. Deswegen hast du jetzt ein paar neue Freunde bekommen, ne? Ja, die sind gut, ja. Kann man mitarbeiten. So, kacken können wir auch ganz prima. Mhm. 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 Mhm.